das nächste stück habe ich james last zu verdanken der immer mutiger wurde in der zuteilung von solos was meine person anbetrifft und 2008 hat er mir einen unglaublichen song vorgeschlagen hört von christina lehrer den werde ich heute nicht spielen aber den follow up song es ist ein noch gewaltigerer song der heißt the voice within auch von christina lehrer und da musste ich meine 2008 30 35 jahre gitarre spiel über bord werfen das ist so ungefähr wie wenn man plötzlich auf den händen gehen lernt und für diesen für diese unglaubliche sängerin ein stil spiel entwickeln der quasi gesang spielen kann auf dem instrument mit allen facetten jedenfalls ist es ein versuch und und Amen. 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 Amen.